Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, schon wieder dürfen, nein, müssen wir heute über ausländischstämmige Clankriminelle reden. Wir müssen darüber reden, weil Schwarz, Gelb, Rot und Grün dieses Problem seit den 80er Jahren importieren, es haben wachsen und gedeihen lassen und uns selbst erschrocken sind, ob ihrer desaströsen Fehlleistung auf den Rücken der Menschen. Seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, seit 40 Jahren also, wurden und werden die heutigen Clans bis 2015 vornehmlich Türken und Kurden über den Weg des Libanon, nun aus aller Herren Länder, als angebliche oder tatsächliche Flüchtlinge ins Land gelassen, oft ohne echte oder gar ganz ohne Papiere. Und es waren im Übrigen CDU und FDP, die damals regierten und all das haben, entstehen lassen. Das Hauptoperationsgebiet für diese hochgradig kriminellen Banden ist dabei neben dem Failed State Berlin, Nordrhein-Westfalen. Es sind Nordrhein-Westfalens Landespolitiker, die neben der Bundespolitik diese Zustände verantworten und gegen die nun teilweise, sehr teilweise vorgegangen wird. Und ihr Antragstext, liebe Kollegen von der CDU und der FDP, zeigt ganz deutlich, was Sie nicht sehen, was Sie darauf unterlassen und worin wir uns von Ihnen unterscheiden. Es ist nämlich der Faktor der Migration. Da könnte man bei ausländischstämmigen Kriminellen eigentlich auch darauf kommen. Sie leider nicht. Wir haben aus 40 Jahren gelernt, Sie offenbar nicht. Und wir haben daraufhin ein ganzheitliches Konzept. Sie haben polizeiliche Nadelstiche. Nun will ich ausdrücklich sagen, Nadelstiche sind besser als nichts. Und damit ist Herr Reul schon deutlich näher an uns, als das rot-grüne Totalversagen, welches sich in Drogendealer-Denkmalen oder den Ansichten des grünen Abgeordneten hier im Haus, Herrn Mostofi-Zadeh, niederschlägt, der sich weigert, Clans Clans zu nennen. Getreu dem Motto, wir nennen die Clans einfach nicht mehr Clans. Und schon ist das Problem gelöst. Gott bewahre uns vor den Grünen in der Landesregierung. Anschaulicher kann man die Wirkungsmechanismen der linken politischen Korrektheit nicht machen. Probleme verschweigen. Ja, sie zu leugnen, heißt, sie groß zu machen. Ich kann Ihnen von der Union nur sagen, schauen Sie sich genau an, mit wem Sie da das nächste Mal koalieren. Und schlimm ist, es geht heute alles noch viel schneller als in den 80ern, weil seit 2015 so schnell so viele von den Falschen ohne Steuerung und Begrenzung in unser Land gelassen wurden und bis heute werden. Die alten und neuen Clans erhalten also ständigen neuen personellen Nachwuchs. Denn, und damit sind wir bei der nächsten Problemstufe, die Clans aus dem Libanon bekommen nun zunehmend Konkurrenz durch syrische, irakische, albanische und nigerianische Mafia-Clans. Waren vor allem die afrikanischen Migranten, die nach 2015 von Frau Merkel und den alten Parteien ins Land geholt wurden, zunächst an der Front als Kleindealer für die Araber unterwegs, kommt es nun zunehmend zu Abkopplungsprozessen. Und wenn Sie dies, wovor wir schon 2015 warnten und dafür als Hetzer und Rechtspopulisten diskreditiert wurden, für rassistisch und übertrieben halten, im Lagebild des LKA zur Clankriminalität ist auf Seite 24 unter Perspektiven zu lesen, und ich zitiere, Die kriminellen Angehörigen türkisch-arabischstämmiger Familienverbände sehen sich in den letzten Monaten einem Verdrängungswettbewerb um kriminelle Märkte ausgesetzt, die durch Personen mit Herkunft aus Syrien bzw. dem Irak forciert scheint. Diese konkurrierenden Gruppen werden, auch vor dem Hintergrund teilweise aktueller Kriegserfahrungen, im Milieu als besonders durchsetzungsstark und gewalttätig wahrgenommen. Dieser ständige Zustrom an neuen Migranten aus dem Clan bildenden Milieus macht zum einen die rein polizeiliche Antwort der Landesregierung zur Sisyphus-Arbeit für unsere Polizisten. Wird überhaupt mal einer der Kriminellen festgesetzt, strömen über die ungesicherten Grenzen nämlich schon drei neue. Zum anderen zündet bereits die nächste Eskalationsstufe, denn nun wird es losgehen mit den Verteilungskämpfen zwischen den einzelnen ethnisch begründeten Clans. Ich werde Sie in den nächsten Jahren noch häufiger an diese Warnung erinnern, so wie ich es auch in der Vergangenheit bereits mehrfach getan habe. Und so sehr, wie Sie den Zufluss erhöhen, umso weniger tun Sie für den Abfluss, denn Abschiebungen aus den Clan-Strukturen liegen bei nahezu null. Ihr Versagen produziert zudem Ausländerfeindlichkeit auch denen gegenüber, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen und die wir gerne im Land haben, die bereits gut assimilierte deutsche Staatsbürger sind. Ich fasse zusammen. Wir müssen also erstens unsere Grenzen schützen, wir müssen wissen, wer ist das, der da kommt, und wir müssen abweisen, wer unbefugt und mit unlauterer Absicht kommt. Wir müssen zweitens die polizeilichen Maßnahmen, mit denen Herr Reul richtigerweise begonnen hat, ausweiten, verstetigen und noch kleinteiliger, also für den Deliquenten, unangenehmer machen. Drittens müssen die Sozialämter und Jobcenter angehalten werden, auch im Bereich staatlicher Teilleistungen, öfter, genauer und härter zu kontrollieren. Viertens müssen die Staatsanwaltschaften angewiesen werden, im Regelfall in die Revision zu gehen, wenn das Urteil zu milde erscheint. Fünftens muss gesetzlich dort nachgeschärft werden, wo es verfassungsrechtlich möglich ist. Das gilt für die Entziehung der Staatsbürgerschaft bis runter ins Strafrecht. Wobei ich hier betonen will, ich habe keine Lust dazu, dass wir wegen dieser Leute, die ihretwegen hier sind, die Freiheits- und Bürgerrechte für alle ungebührlich einschränken. Und sechstens Abschiebung. Im Keasabschlussbericht heißt es auf Seite 22, ich zitiere erneut, Es ist als Ergebnis von Experteninterviews im Projekt Keas erkennbar geworden, dass repressive Maßnahmen gegenüber notorisch kriminellen Clanmitgliedern nur geringen präventiven Einfluss entfalten. Deutliche generalpräventive und kriminalitätsbegrenzende Wirkungen gegenüber dieser Personengruppe dürften in erster Linie aufenthaltsbeendende Maßnahmen haben. Sie sagen es also selber, handeln aber nicht danach, wir werden danach handeln. Das heißt also, den Zufluss neuer potenzieller Clan-Krimineller verhindern, die, die hier sind, hart dran nehmen und Stärke zeigen und schließlich die, die wir loswerden können, auch tatsächlich rauswerfen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner.